Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir haben das Horn des Einhorts eingesammelt. Unser Inventar ist ja ok doch nicht so voll wie ich jetzt gedacht hatte. Aber wir müssen jetzt zurück runter irgendwie den Weg finden. Ich glaube hier rum war das. Oder war das hier? Ich glaube schon dass es hier war. Wir müssen auf jeden Fall den Weg zurück finden. Ja dann hauen wir die auch zur Klump und nehmen das auch mal mit. Dann haben wir wenigstens etwas mehr was wir verkaufen können. Gleich nachher. So dann schauen wir noch mal. Wo war denn der Weg zurück? Genau hier. Aber wir gucken uns hier auch nochmal um. Weil wir jetzt so weit sind dass wir hier einfach hin können. Die Dinger brauchen wir nicht. Die sind egal. Und Nullpagger ist ja immer noch hier oben. Die gute Dame. Say what strange motive goddess. Could couple an arrow to my beloved Lysandos bear trout? Did he die there mourned and blessed or are my pretty birdies all turn to gray wings? I search the afterworld, the underworld and the world between and nowhere do I find the lightness of my sun. Oh madness to their breeze. I cling suckling. Hatten wir das letzte Mal auch gelesen gehabt. Aber... Danach sind wir ja gestorben. Und hatten wir das nicht nochmal gelesen. Aber wir können jetzt gehen. Und wir gehen erst einmal. Wo haben wir die nächste Stadt hier? Wenn wir das hier mal weg machen. Ich glaube das wäre die nächste. Singberry. Dann gehen wir nach Singberry. Und schauen mal ob wir hier irgendwo was verkaufen können. Hier zum Beispiel. Den können wir ein bisschen was verkaufen auf jeden Fall. Das zum Beispiel. Das hier können wir. Und die alle. 2002 Gold. Und sonst hat er ja hier nichts was wir haben wollen. Da machen wir noch einen. Ne der zählt nicht. Ah ja stimmt. Wir müssen ja noch jagen. Verunschuldige. Ja gute Dame. Ich will hier nur einkaufen. Ja. Also fühlt sich bitte nicht belästigt. Ich will hier nur gucken ob ihr hier noch was anderes im Sortiment habt. Werter Herr. Fühlt sich auch nicht belästigt. Ich will nur gucken ob sie hier noch was zu verkaufen haben. Ich bin der beste Kunde der Welt. So. Und davon haben wir auch noch einen Mundladen. Da. Auch wieder ein General Store. Aber hier kann ich das jetzt nicht verkaufen. Gehe ich mal von aus. Ja aber wir können uns hier mal umsehen. Nope. Ne bisher. Nein das wollte ich jetzt nicht. Ja komm. So. Hallo gute Dame. Ja ok. Dann. Gehen wir direkt zurück nach. Hier nach. Äh. Die Ready Tower. Ach nee. Warte. Jetzt haben wir vergessen. Ein paar Unschuldige zu erledigen. So. Spellbook. Glycantropie. Dann müssten jetzt hier ein paar. Leute irgendwo sein. Ach so. Ne die kommen eher. Wenn wir. Das hier weg haben. Da haben wir wieder welche. Ah. Toll. Dann machen wir 24 Stunden läutern. Ja ok. Dann 12. Und dann nochmal 12. In der Hoffnung dass das. Ja. So. Und nochmal 12. Ok. Wer will hier jetzt was. Da. So. Deine Items. Gehören auch jetzt mir. So. Dann können wir jetzt nochmal resten. So. 5 Stunden. Wo ist er denn? Ich seh den nicht. Hä? Ach da. Da ist er ja. Das war Sorcerer. So. Dann. Removen wir einfach mal alles von hier. So. Was können wir noch removen? So. Und das alles. So. Was sag denn die Uhr? Was sag denn die Uhr? Okay. Gut. Dass 3 Stunden noch. Überraschung. die übrig sind. Jetzt müssten wir aber. paar. Leute hier haben. So. Eins. Zwo. Drei. Und. Vier. So. Das müsste dann. Reichen. Und dann können wir jetzt in die Renni Turm wieder rein. Und machen hier nochmal ein Save Game auf die 4. Und ab da. So. Hä? Ne. Falsche Taste. Der Weg nach ganz unten. Wo war denn das? Wir mussten nicht auf die Seite. Sondern. Hier irgendwo. Genau dahin müssen wir. Und der beste Weg dahin war. Da. Wenn wir hier erstmal runter gehen. Ah. Okay. Die sind alle wieder da. Finde ich super. Jo. Ist toll wenn die alle wieder da sind. Ist toll wenn die alle wieder da sind. Oh. Wann. ich hoffe ich hoffe ich hier gehen wir nicht drauf wegen irgendwelchen komischen zaubern du schon wieder so dann heißt es jetzt nee das war's nicht ja nehmen wir alles mit hier war ja auch noch ein geist dann hier erstmal alles wieder mitnehmen sonst gab es hier nichts vielleicht einmal kurz hier nochmal resten und ein save game auf die zwei nee das war hier glaube ich falsch genau der raum war falsch so nieder mit denen das hier ist das zum aufmachen ich sehe es nicht ja da war es zum aufmachen nein 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 ganz schnell nieder mit dem okay wo sind hier gegner in der nähe wo sind sie denn hier kann ich und da ist wieder einer so jetzt sind wir hier unten welcher weg waren das der uns hier hin führt das mit der map ist aber auch manchmal echt schwierig hier ah ok das war diese tür hier dann ist hier irgendwo eine geheimtür genau hier sind wir richtig so wo waren das hier jetzt der weg war meine ich da hinten also wie ich hier ist gerade also nach rechts und dann geradeaus durch zu denen will ich jetzt nicht Autsch Autsch Nehmen wir mit und ok die gegen die Kranette habe ich wenig was so einmal kurz dann wo müssen wir nochmal lang um dahin zu kommen hier und dann nach oben hier ist irgendwo eine tür genau hier genau hier so und dann habe ich hier rechts links dann links so geht kaputt vielleicht nochmal hier ein save game wieder auf die zwei und dann müssten wir hier irgendwo nach unten genau hier sind wir richtig so wie hatten wir hier den code warte mal einmal hier vielleicht so kurz resten nochmals save game auf die zwei gut den haben wir immer noch da eingesperrt schauen wir nochmal hier mit achso das ist ich dachte das wäre jetzt ein lich oder so aber das ist jetzt das falsche wir müssen da hinten hin rum also den machen wir wieder zu machen dafür den hier auf und dann nochmal schauen war das hier das ne das war es nicht dann muss es das hier gewesen sein ja das war es gegen zwei rays nice vielleicht einmal kurz hier das dann nochmal den hier weil wir denen wahrscheinlich noch nicht so zu 100 Prozent gewachsen sind Sicher ist sicher Da haben wir sie You have succeeded in a most dangerous Enterprise Max But many more such trials await you By bringing the horn to me You have helped me lift the curse The Queen Dorweger placed on my tower I hope I can count on you for 38 For now take this ring as your reward Okay ring Und jetzt Und jetzt Habe ich hier ein neues Quest Nee So warte mal Was steht hier In the tavern room She told me that the free major part... Ja das kennen wir Können wir mit der nicht nochmal quatschen So ich habe keine Ahnung wo die Vampire sind die hier jetzt gerade über mir irgendwo am Kämpfen sind Ich gehe mal davon aus dass die über mir sind Wir gehen darum Ich habe gerade keinen Bock auf die Jo kein Bock So Hier war das Jetzt brauchen wir den kompletten Weg wieder zurück Irgendwie Ups So Genau jetzt sind wir hier Unten das Wasser will ich lieber nicht Und dann suchen wir uns von hier nochmal den Ausgang der da oben irgendwo war Ich glaube das war der Das Das uns zum Ausgang führt Oder führt der da uns Der führt uns auf jeden Fall nach oben Genau Genau der führt uns hier hin Ja Das müsste der sein Das ist der Weg So Ja Die lasse ich da mal ein bisschen noch schreien Ja Da sind wir schon Genau hier ist es Alter schreck mich nicht So Dann gehen wir jetzt erst einmal Und suchen uns Blackhead oder Apoel Ich würde sagen Oder hier haben wir auch nochmal Warwitch Warwitch hört sich gut an So mal schauen Der hat nur einen Laden Dann gehen wir vielleicht doch woanders hin Blackhead Blackhead hört sich auch gut an Hat sogar paar Läden mehr Ja Können wir hier Machen wir auch die 1 wieder Ein bisschen was verkaufen Hier haben wir jede Menge General Stores So Und einkaufen können wir auch eventuell Ja Ja Das ist nicht das was Wir brauchen Hier Den verkaufen wir auch Das alles Und das Und jetzt oben nochmal gucken Nope Ah komm Hoch So Nope Nope So Dann haben wir hier nochmal den kleinen Schaut Dass die hier Immer noch nicht so viel haben So Den haben wir jetzt Derchen Dich Bisher noch nichts hier auch nichts okay dann können wir hier auch wieder gehen so osten da haben wir noch ein laden hier ein juwelier mal gucken ob wir müssen vielleicht ein bisschen warten dann schauen wir mal was die dem verkaufen das wollte ich nicht weil ich hier irgendwas müssen wir dem doch verkaufen können ja sehr viel wie wir gerade gesehen haben so und dann noch mal in die richtung nein das habe ich gedrückt da haben wir einen laden wo ist denn der eingang hier da ist ein büchner laden okay dann in die richtung ein kleines bisschen nach norden da müsste der nächste sein wieder ein general store aber egal wir gucken mal was der so hat hier nichts schade eigentlich dass die so gut wie nie vertraben was wir haben wollen so vier läden noch und ich hoffe da können wir den rest noch verkaufen ich hoffe das sind keine general stores das da hier haben wir einen kräuterladen dann können wir das alles jetzt endlich mal loswerden okay das ist schon wirklich viel was wir haben kräuter im gesamtwert von 12.500 so dann haben wir hier noch mal einen jubiliert den wollen wir nicht dann ignorieren wir den und dann da unten noch ein ja hier waffen laden so werter herr ich habe hier ein bisschen was für dich ein bisschen viel wahrscheinlich sogar okay doch weniger als ich gedacht hatte ja ist in ordnung was habe ich noch auf dem wagen die dinger die können wir woanders verkaufen die können wir nein dann machen wir dann brauchen wir nur noch einen pfandshop einen pfandladen ebony claymore wir haben ebony tower shield hat er hier noch was und auch so dann fehlt uns noch da unten das da ich hoffe das ist ein pfandshop also ein pfandladen ne ist ein jubilier dann gehen wir mal in die nächste stadt abwail ne hier der hat nur drei läden ernsthaft so wie sieht es eigentlich hier mit den quests aus äh warte mal hatten wir nicht gerade noch eine quest gemacht erledigt finding madora completed ah hier loredas of morningstar madora the former court sorceress of daggerford has sent me to shadow gant in the rough rain mountain shadow gant is home to nulfaga marva bestand freeing madora completed das haben wir auch noch erledigt tempel of the orcs completed the emperor's career completed miniseria queen achso das hatten wir ja auch ah also unten sind die die wir erledigt haben und oben die die wir noch nicht erledigt haben ah ok und sind das hier das sind die hauptquests glaube ich the princess completed the delivery boy completed retribution completed mogias wedding ended haben wir gemacht the matchmaker completed the princess completed uh-huh constant von nulfaga completed the acceptance test completed the renegade member q fulliquancy ended no escape completed miniseria's letters completed disagreeable competition completed okay das heißt wir können hier immer wieder nachlesen was wir erledigt haben was wir erfüllt haben und dann müssen wir nur noch rausfinden was wir noch nicht erfüllt haben und wo wir dafür hin müssen also so hier haben wir einen pound drop nice wie spät haben wir es denn 7.15 Uhr äh so 3 stunden dann müsste der offen haben dann kann ich dem alles hier verkaufen was ich noch übrig habe das zeug das zeug das zeug und das war's und schauen wir mal was er so im angebot hat ne bisher hat er nichts im sortiment was ich haben will also wir wollten ja noch mal nach oben kurz also wir wollten ja noch mal nach oben kurz was hat er hier daedric mace leider nichts anderes daedric ist wo ich frage mich wie viel geilen stuff wir eigentlich so jetzt verpasst haben und das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren und das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren dann hoffe ich wir finden gleich irgendwo noch eine bank obwohl wir wollten ja wieder zurück nach 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 Daggerfall an sich und hier müssen wir auch noch irgendwann mal hin weil ich hier ja ne nicht da da war's äh hier die sand ist tomb sein grab müssen wir auch noch hin aber wir gehen erst einmal vielleicht zurück nach und schauen uns hier nochmal in der bank um weil wir von da wahrscheinlich unser geld nochmal mitnehmen und dann zurück nach Daggerfall gehen so dann würde ich sagen das machen wir aber in der nächsten folge vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer max deos und ciao wir besonders das ist vectors glanz 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018